Ja, bereits Anfang der Woche kam ein großer Rundumschlag. Alte Parteien wie die ÖVP oder die SPÖ seien kaputt, sagt sie. Ja, und auch das Klimathema müsse man gänzlich anders behandeln. Ja, dazu darf ich begrüßen NEOS-Parteichefin Beate Meindl-Reisinger. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Die SPÖ war jetzt seit Monaten mit internen Streitigkeiten beschäftigt. Auch heute wieder ein großes Thema. Gestern gipfelte das Ganze auf dem Parteipräsidium. Was denken Sie sich da eigentlich als nicht involvierte Politikerin, wenn Sie diese Geschehnisse beobachten? Also zum einen ist es nicht meine Rolle, glaube ich, als liberale Parteichefin in anderen Parteien etwas auszurichten. Aber es tut schon auch weh beim Zuschauen, das muss man schon sagen. Warum ich das so überspitzt formuliert habe mit dem Kaputt, ist ja auch, dass wir vor zehn Jahren, oder mittlerweile sind es ja elf Jahre, als wir NEOS gegründet haben, der Überzeugung waren, dass diese Altparteien es einfach nicht mehr zusammenbringen. Keine gelebte innerparteiliche Demokratie, unglaubliche Intransparenz, alles hinter verschlossenen Türen, Hierarchie. Ich meine, wir erleben es ja, dass Hacken ins Kreuz hauen, anstatt dass man transparent auf Augenhöhe auch miteinander durchaus diskutiert. Das geht ja dann so weit, dass man im Parlament erlebt, dass eigentlich alle außer uns immer einen strengen Klubzwang leben. Ich bin davon überzeugt, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und das sieht man halt auch in der Frage, wie man mit solchen Konflikten innerparteilich umgeht. Sie haben gesagt, es tut beim Zuschauen weh. Was ist hier so unangenehm für Sie als nicht involvierte Politikerin? Wir sind in einer sehr schweren Situation und wir müssten jetzt alle an einem Strang ziehen, um Österreich wieder an die Spitze zu bringen und uns den sachpolitischen Themen zu widmen. Wir haben eine enorme Vertrauenskrise der Menschen in die Politik. Und ich verstehe es, wenn ich auf solche Diskussionen wie in der SPÖ schaue. Ich verstehe das. Ich kann das nachvollziehen. Ich glaube aber, dass Vertrauen nur wiedergewonnen werden kann, wenn alle sehen, okay, da sind welche, die auf Augenhöhe mit uns, mit den Bürgerinnen und Bürgern die Ärmel hochkrempeln und hacklen fürs Land und nicht für die Partei und schon gar nicht mit sich selbst beschäftigen. Also denken Sie dann schon, auch wenn diese Machtkämpfe jetzt eine Partei betreffen, dass das dann Auswirkungen auf die gesamte Politik haben könnte, wie die Bevölkerung eben die ganze Politik sieht? Ja, das fürchte ich. Also man sieht es ja auch bei den Korruptionsskandalen rund um die ÖVP, dass dann alle mitgerissen werden. Ich habe das ja mal so geschildert, dass ich das Gefühl habe, die ÖVP geht bisweilen wie ein Elefant durch den Porzellanladen Republik und schmeißt das sozusagen im Vorübergehen bei ihren Skandalen wertvolle Porzellanvasen runter, die aber allesamt kaputt gehen und das Vertrauen in die Institutionen insgesamt, in die Politik insgesamt, in die Parteien insgesamt zerstören. Und daher bin ich überzeugt davon, dass es wichtig ist, wieder zu einer Sachpolitik zurückzukommen und Österreich gerade in solchen Zeiten an die Spitze zu bringen und Lösungen zu bitten. Mit wem, denken Sie, könnten Sie denn besser in der Opposition zusammenarbeiten? Pamela Rendi-Wagner oder Hans-Peter Toskuzil? Ach, ich habe mit Pamela Rendi-Wagner zusammengearbeitet. Ich habe aber in den letzten Monaten auch ein gutes Gespräch einmal mit Hans-Peter Toskuzil gemacht. Ich glaube, das ist ja keine Frage meines Wollens oder Wünschens, sondern jede Demokratie verlangt es und ich glaube, die Menschen in Österreich zu Recht auch, dass man in der Lage ist, mit allen zusammenzuarbeiten im Interesse unseres Landes. Aber Sie sind ja eine der wenigen Frauen an der Spitze einer Partei. Denken Sie, eben mit Pamela Rendi-Wagner bei einer anderen Partei, denken Sie, das, was hier jetzt bei der SPÖ passiert, wäre einem Mann auch passiert? Die Frage habe ich mir hin und wieder gestellt. Das gebe ich zu. Das höre ich auch oft. Also wenn ich mit Bürgern rede und die sind zum Teil sozialdemokratische Wähler, aber zum Großteil auch gar nicht, wenn die das kommentieren, dann sagen sie immer, naja, also wie man mit ihr da auch umgeht. Aber wird sie auch einen Anteil wohl haben? Aber diese Frage habe ich mir schon oft gestellt, ja. Kommen wir zur ÖVP. Kamen auch einige kritische Worte von Ihnen und zwar zur Kanzlerrede. Unter anderem zur Zukunft der Nation hat Kanzler Karl Nehammer gesprochen. Er wollte damit Perspektiven für Österreich im Jahr 2030 geben. Viel hat er ja gesagt, der Kanzler Karl Nehammer hat insgesamt 80 Minuten gesprochen. Was hat Ihnen da gefehlt? Ich habe keine Vision gesehen. Also es war eine Rede, die sich ganz offensichtlich nicht an Österreich und schon gar nicht an die Menschen in Österreich gerichtet hat, sondern an die eigenen Funktionäre. Und das ist halt auch wieder diese alte Politik. Klientelismus, Funktionärsparteien. Es geht darum, oder ich hatte den Eindruck, er möchte seine Position in der Partei stärken, aber er hat keine Vision vorgelegt für das Land. Und das erwarte ich mir aber von jemandem, der sagt, ich möchte Österreich führen. Was ist denn die Vision? Wir sind in einer schweren Krise, wir haben eine hohe Inflation. Die Menschen erleiden einen Wohlstandsverlust, einen Kaufkraftverlust und zwar mehr als in anderen europäischen Ländern. Also bei uns wird das Leben schneller, stärker, teurer als in anderen europäischen Ländern. Wo sind die Antworten des Kanzlers drauf? Ich hatte eher den Eindruck bei seiner Rede, dass er den Wahlkampf eröffnet hat. Er hat ja durchaus den eigenen Koalitionspartner, den Grünen, man könnte salopp sagen, einen vor den Latz geknallt. Und damit den Wahlkampf eröffnet. Jetzt sind wir alle im Wahlkampf, aber haben wir keinen Wahltag. Ob das so gut und so verantwortungsvoll ist fürs Land, das mag ich zu bezweifeln. Ja, und wenn man sich die politische Situation in Österreich anschaut, derzeit profitiert auf jeden Fall vor allem die FPÖ. Die liegen derzeit bei Umfragen mit 31 Prozent klar auf Platz 1, dann gefolgt von der SPÖ mit 25 Prozent und der ÖVP mit 22 Prozent. Das ergibt sich aus einer Profilumfrage vom letzten Samstag. Jetzt sagen viele Politiker und Politikerinnen und warnen eben vor einem Rechtsruck Österreichs. Denken Sie, ist das tatsächlich ein Rechtsruck, der hier stattfindet oder beruht der Erfolg der FPÖ ja auf anderen Gründen? Also zum einen muss ich ja sagen, dass ja auch wir zulegen. Wir haben noch nie so starke Umfragenwerte gehabt und wären auch deutlich stärker als beim letzten Mal. Und ja, wir sind keine populistische Partei, sondern eine, die lösungsorientiert auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern die ernsten Probleme anpacken möchte und lösen möchte. Und das zeigen wir in Wien, wo wir regieren und das zeigen wir in Salzburg. Und natürlich, finde ich, müssen sich alle an der Nase nehmen, auch wir uns, aber bitte auch die FPÖ, wenn es um die Frage geht, wie tun wir miteinander und welches Bild geben wir ab? Ich meine, die letzten Monate waren geprägt von Korruptionsskandalen, von intransparenter Politik. Also auch in der Corona-Zeit, man hat zwar den Bürgern vorgeschrieben, was sie zu tun oder zu lassen sollen, aber nicht gesagt, warum. Also es ist keine Augenhöhe, kein Vertrauen. Also ich glaube, es geht ja um Vertrauen. Wir wundern uns alle, oder wir, ich mich eh nicht, aber viele Analysten sagen, na, wie kann das passieren, dass so ein Vertrauensverlust in die Politik passiert? Da sage ich oft, na, schaut euch doch mal die Corona-Politik der Regierung an. Hat man da den Eindruck gehabt, dass der Regierende den Bürgern vertrauen? Also passiert eigentlich unser ganzes Land, unsere Gesellschaft, aber vor allem auch das Verständnis von Politik und Regierungsarbeit auf Vertrauen oder auf Kontrolle. Und ich glaube, es ist einfach Zeit, dass man sagt, das ist ein neues Politikverständnis nötig, eins, das wirklich auf Augenhöhe mit den Menschen agiert, das voll Rechenschaft ablegt über alle Schritte und Entscheidungen, die man trifft, daher auch voll transparent ist, sich daran auch messen lässt. Es ist immer schwierig, manchmal Entscheidungen zu treffen und abzuwägen. Da gibt es immer oft ein Für oder Wider. Aber ich glaube, was Vertrauen schafft, ist doch das ehrliche Erklären, wie komme ich dorthin? Und das vermisse ich. Und ich bin aber überzeugt davon, dass wir das in Wien und in Salzburg gut zeigen, dass wir das können. Und warum, denken Sie, setzen dann andere Parteien eben verstärkt auf Kontrolle? Was steckt da dahinter? Ja, die Angst vor Kontrollverlust vielleicht, oder? Also es ist ja auch, wenn ich sage, wenn ich von den alten Parteien rede und davon rede, dass ich davon überzeugt bin, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, kaputt ist, dann ist davon auch eine tiefe Überzeugung, dass ein Führungsverständnis heutzutage ein anderes ist. Wenn man in Führungsseminaren sitzt, dann wird man nicht als erstes hören, dass das Wichtigste ist, dass man Wagenburgen baut, völlig intransparent agiert, möglichst schaut, wie man seinen eigenen Vorteil herausholt und Entscheidungen hinter geschlossener Türe bringt. Es kann auch nicht sein, dass wenn man beispielsweise ein Minister oder Ministerin ist, in einem Ministerium arbeitet, dass die erste Frage, die von Rot oder Schwarz, auch von Blau teilweise gestellt wird, ist, ist das einer von uns? Also kann ich dem vertrauen, weil das ein Blauer, ein Schwarzer oder ein Roter ist? Oder sehe ich dort den Menschen mit all dem, was er kann? Und es gibt ja hervorragende Beamtinnen und Beamte, die auch leidenschaftlich daran arbeiten, Österreich nach vorne zu bringen. Und das meine ich damit, an einem Strang ziehen, dieses Vertrauen schaffen, dass wir es nur gemeinsam hinbekommen, Österreich an die Spitze zu bringen. Die Klimapolitik ist derzeit auch ein Thema, das heißt, diskutiert wird thematisch, hauptsächlich aber bei den Grünen liegt. Da haben Sie sich ebenfalls kritisch geäußert, der linke Klimaschutz, der sei nicht der richtige Weg. Wie kann man denn das jetzt verstehen? Ist das Thema zu links behaftet? Ich glaube, dass es tatsächlich zu links behaftet ist, beziehungsweise von einigen Gruppen sehr stark instrumentalisiert wird. Der Klimaschutz, und Sie wissen, dass das uns ein sehr großes Anliegen ist. Also es gibt vielleicht zwei Parteien in Österreich, die so leidenschaftlich für Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit kämpfen. Wobei im Pensionsfragen tun es die Grünen nicht, da sind das wirklich nur wir. Aber für einen neuen Generationsvertrag auch, wie von mir aus die Grüne und wir. Aber es muss raus aus dieser linken Ecke. Und das sehe ich teilweise auch, wenn ich an die Aktionen der letzten Generation denke. Ich verstehe schon die Verzweiflung der jungen Menschen, aber wir müssen die Mitte erreichen. Und das geht nicht, indem ich sozusagen das gleichsetze, Klimaschutz mit Kampf gegen Marktwirtschaft und Kapitalismus. Denn ich bin überzeugt davon, dass wir nur mit der Wirtschaft gemeinsam, nur wenn wir gleichzeitig einen Weg finden, wie wir unseren Wohlstand auch erhalten und damit ein hohes Einkommen garantieren der Menschen, ein gesichertes und geglücktes Leben und natürlich auch einen Sozialstaat finanzieren können, möglichst viele Menschen an Bord bekommen können für diese Mammutaufgabe. Das geht nur mit der Wirtschaft gemeinsam und nicht gegen die Wirtschaft. Wir haben es gerade angesprochen, auf der einen Seite rechts, FPÖ, Migrationsthema, auf der anderen Seite links, Klimapolitik, ja vor allem grün behaftet. Man hat das Gefühl, in der Mitte gibt es dann, also das in der Mitte gibt es ja, aber es wird weniger gehört. Sind diese Botschaften dann in der Mitte zu Fahrt schon mittlerweile für unsere Bevölkerung geworden? Oder wie erklären Sie sich das? Also wenn ich mit Menschen rede, egal wo, in meinem Umfeld, per Mail, wenn ich unterwegs bin, habe ich nicht das Gefühl, dass die Menschen so in Polen denken. Die verstehen das schon, dass das schwierig ist. Aber ich habe den Eindruck, dass sehr viele sagen, okay, wir müssen was machen. Wir können nicht zuschauen, wie unsere Erde immer mehr, immer heißer wird und wir dieses Zwei-Grad-Ziel sogar verfehlen, weil damit werden wir auch Probleme kriegen in Österreich. Es wird mehr Stürme geben, es wird Unwetterkatastrophen geben, es wird Dürre geben. Wir haben zum Beispiel eine Auswirkung gesehen letztes Jahr, dass weniger Strom aus erneuerbaren Energien, Quellen sozusagen produziert wurde, als in den Jahren davor. Und das in einem Jahr, wo auf einmal Putins Gas durch seinen Krieg so teuer geworden ist, weil wir Wasserknappheit hatten. Wir sehen es in der Landwirtschaft. Also es sehen ja alle, dass das das Leben der Menschen betrifft. Aber halt die Art des Protests oder der Aufruf, jetzt wirklich kein Wachstum mehr, kein Wirtschaftswachstum gegen die Wirtschaft zu arbeiten, das teilen die Menschen nicht. Weil jeder hat das Recht auf ein geglücktes Leben. Und das ist ja sogar das, was uns näher so wichtig ist, dieses Aufstiegsversprechen zu erneuern. Wir haben doch in Österreich, was hat uns stark gemacht? Dass wir gesagt haben, wir sind eine Gesellschaft, da hat man eine gute Bildung und Ausbildung, haben wir schon Probleme heutzutage. Und dann aber, wenn alle Chancen mal da sind, ist jeder in der Verantwortung, auch einen Beitrag zu leisten und anzupacken. Und das tun die tüchtigen Menschen in Österreich. Die sind aber nicht mehr in der Lage, durch die eigene Leistung sich etwas aufzubauen und schon gar nicht etwas zu schaffen, was sie dann ihren Kindern vermachen können. Und das, glaube ich, lässt diese Mitte erodieren. Dieses Aufstiegsversprechen muss erneuert werden. Das ist vielleicht nicht die lauteste Schlagzeile. Aber ich glaube, auch nach dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben an Politikern, die viel zu viele Schlagzeilen und viel zu wenig Lösungen präsentiert haben, dass die Schlagzeile alleine noch keine Politik ist. Und beim Thema Korruption möchte ich auch noch ganz kurz eingehen. Die Neos haben sich ja zum Ziel gesetzt, korrupter Sümpfe trocken zu legen. Jetzt könnte man meinen, das Thema ist ein bisschen eingeschlafen, nachdem der U-Ausschuss beendet wurde. Wird man hier weiter die Ärmel hochkrempeln? Naja, man muss. Also das ist ja nicht jetzt, weil es uns so wichtig ist, sondern weil wir sehen, dass auch dadurch das Vertrauen in Österreich im Keller ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie lesen in der Zeitung, dass manche es sich richten können mit ihren Steuerprüfungen, weil sie einen direkten Draht zum Generalsekretär des Finanzministeriums haben und sich so das irgendwie richten können, während beispielsweise kleine und mittelständische Betriebe, der Tischler, der Installateur, der Wirt ums Eck geprüft, geprüft, geprüft wird, dann ist das Gift für die Gesellschaft. Weil jetzt müssen alle das Gefühl haben, wir sind gleich. Gleich vor dem Recht, gleich vor dem Gesetz und haben den gleichen Zugang auch zu diesem Recht. Und daher ist es wichtig, Korruption auf allen Ebenen zu bekämpfen, weil ich auch sage, als Mutter von drei Kindern, ich möchte, dass meine Kinder lernen. Das zählt, was sie können und nicht, wen sie kennen. Und es kostet uns sehr viel Geld. Zu dem Untersuchungsausschuss. Wir haben gesagt, okay, die Aufklärung ist zu Ende, jetzt braucht es die Lösungen. Das heißt, es liegt alles am Tisch. Die anderen Parteien sind aufgefordert, jetzt endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Selbstverständlich gehört das Amtsgeheimnis weg. Und ein echtes Informationsfreiheitsgesetz. Selbstverständlich brauchen wir strengere Korruptionsstrafregeln. Und selbstverständlich müssen wir auch die Verwaltung verpflichten, transparenter zu agieren und Posten beispielsweise danach zu besetzen, wer wirklich der Bestgeeignete ist. Das sieht man ja bei ganz vielen Diskussionen, wie zum Beispiel jetzt auch dem ORF, der ja auch gerade ein sehr politisches Thema ist, dass dieses zumindest strukturell korruptes System, also das wird mal wieder ein Aufsteiger haben, dass ich das als korrupt bezeichne, aber wenn es darum geht, eine Postenschacherei dazu machen und welche Partei dort mehr Einfluss hat, dann ist das nicht entlang der Frage, wer ist der Beste dort. Das schafft kein Vertrauen. Die Menschen haben immer weniger Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich halte das für ein Problem. Also hier wird man auch etwas machen müssen im Zuge der Entpolitisierung, die von vielen gefordert wird. Naja, der ORF möchte eine neue Art der Finanzierung und möchte auch ins 21. Jahrhundert digital gehen. Das soll er schon können. Aber wenn ich in der Regierung wäre, dann würde ich sagen, Moment einmal, aber jetzt braucht es eine wirkliche Entparteipolitisierung. Das kann nicht sein, dass ihr mehr Geld oder eine andere Art der Finanzierung wollt, noch dazu, wenn das dann alle Haushalte zahlen und wir aber nicht die Frage beantworten, wozu braucht es einen öffentlich-rechtlichen und wie stellen wir den möglichst frei auf. Kommen wir zur Salzburg-Wahl im April. Sepp Schellhorn, der war ja bei der letzten Wahl. Das Zugpferd der Neos hat sich jetzt aus der Politik zurückgezogen und der Wahlkampf der Neos, der konzentriert sich jetzt voll und ganz auf Andrea Glambauer. Was erhoffen Sie sich denn jetzt von Frau Glambauer, auch wenn Herr Schellhorn jetzt offenbar doch noch nicht ganz weg ist? Also wer den Sepp kennt und verfolgt, der weiß, dass der sich nicht aus der Politik zurückgezogen hat. Der ist ein politischer Mensch und hat ja auch angekündigt, gerne wieder zurückkommen zu wollen, wenn er auch seinen Betrieb jetzt übergeben hat. Die Andrea Glambauer ist unsere Landesrätin gewesen in den letzten Jahren und die hat das Machen und Tun in den Vordergrund gesetzt. Sie ist die Landespolitikerin, Mitglied der Landesregierung in Salzburg, das am meisten abgearbeitet hat aus dem Regierungsprogramm. Ich denke an die völlige Neuaufsetzung der Frauenhäuser in Salzburg. Entgegen aller Unkenrufe hat sie das ordentlich aufgestellt. Die bessere Finanzierung von allen Kindergärten. Jetzt kommt endlich der Gratis-Kindergarten. Etwas, was sie wirklich, wofür sie sehr stark gekämpft hat, gerade in einer Zeit, wo Familien so leiden unter den höheren Preisen, ist das ja eine gute Möglichkeit, Familien zu entlasten. Aber auch im Bereich der Wohnbauten, wo sie eine Mietbremse, so wie das ja auch jetzt diskutiert wird auf Bundesebene, schon längst umgesetzt hat. Und Sie selbst sind jetzt auch erst vor kurzem von einer Bildungsreise zurückgekehrt, aus Estland und Finnland. Was denken Sie, kann sich Österreich denn von diesen Ländern abschauen? Ja, sehr viel. Also dazu muss man mal sagen, Finnland und Estland sind die Länder, die am besten abschneiden bei diesen internationalen Rankings. Und auch da baut man auf Vertrauen und nicht auf Kontrolle. Es gibt wirkliche Schulautonomie. Das heißt, am Schulstandort können Direktorinnen und Direktoren entscheiden. Auch wann die Schule beginnt. Die beginnt selten dort um 8 Uhr. Auch wie der Lehrplan gemacht wird. Das eben, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Karl Nehammer hat bei seiner Rede gesagt, Programmieren soll jetzt ein Fach werden. Jetzt wissen wir, dass es die künstliche Intelligenz und jetzt dieses Chat-GDP gibt, jetzt in einer vierten Version, da können Sie Codes auch schon von der künstlichen Intelligenz schreiben lassen. Also ich glaube, er hinkt da völlig hinterher den Entwicklungen. Wichtig ist die Kompetenz, die natürlich da sein muss im Bereich IKT für die Schülerinnen und Schüler. Aber wie das gemacht wird, ob das als Projekt ist oder wie das in die Schulen gestalten, das wissen die Schulen besser, als wenn da jetzt ein Kanzler sich einbildet im Jahr 2023. Jetzt brauchen wir ein Fach programmieren, das in fünf Jahren völlig obsolet sein wird. Das estnische Bildungssystem und auch das finnische, die sind ja grundlegend anders aufgebaut als unsere österreichischen. Da geht man in den Kindergarten und dann folgt eine neunjährige gemeinsame Schule für alle Kinder von sieben bis sechzehn Jahren. Wir haben ja schon immer wieder berichtet von Ressourcenproblemen, Lehrermangel und so weiter. Wäre eine Gesamtschule auch eine Lösung für Österreich langfristig? Es geht darum, dass wir einerseits sehen in Österreich, also Österreich ist eines der teuersten Systeme, aber hat nicht das Ergebnis, wie beispielsweise Finnland und Essland. Punkt eins. Zweitens einmal sind wir nicht gerecht. Also Kinder, die benachteiligt sind, warum auch immer, haben nicht die gleichen Chancen wie Kinder von Akademikern beispielsweise. Das ist nicht nur nicht gerecht, es ist auch dumm für die wirtschaftliche Weiterentwicklung. Und gleichzeitig schaffen wir es aber auch nicht, die Besten zu fördern. Und das schaffen das finnische und das estnische System. Genau durch diesen Ansatz des gemeinsamen Unterrichtens. Das ist kein, alle Kinder werden in einen Topf geworfen. Gerade durch die Schulautonomie, aber auch durchaus, die Kinder müssen ja Leistung bringen. Und nach 16 ist es entlang wirklich der Leistungen bisher, in welche Richtung sich das dann weiterentwickelt. Das ist auch beispielsweise so, dass nur 10 bis 20 Prozent der Menschen, die sich bewerben, um dann später Lehrer zu werden, genommen werden. Also das ist sehr selektiv. Schaffen dies, gerechter zu sein auf der einen Seite und aber auf der anderen Seite auch mehr Exzellenz zu schaffen. Das ist natürlich ein Weg, weil das bei uns ist sehr teuer und es ist simpel ungerecht. Und nur weil es immer schon so war, ist das einfach nicht gescheit. Also Gesamtschule wäre... Eine autonome, gemeinsame Schule. Wir nennen das immer auch die mündige Schule, weil eben das Wichtigste ist, dass man weg muss von dem, da gibt es ein Ministerium und parteipolitisch besetzte Bildungsdirektionen und die machen Erlässe, 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 weil die Lehrer und Lehrerinnen werden erschlagen mit Bürokratie und mit Vorgaben, anstatt, dass man denen Freiraum gibt, auch wirklich eigenverantwortlich entscheiden zu können. Und auch Schüler leben dort viel mehr Eigenverantwortung. Also in Essland hat mich fasziniert, in zwei Schulen machen die so Selbstlerntage für die älteren Schüler einmal in der Woche. Da sind die Kinder wirklich nur vier Tage die Woche in der Schule. Und am fünften Tag, selbstverständlich mit allen digitalen Möglichkeiten, in Essland sind alle Schulen übrigens seit 2001 am Internet angeschlossen. Also die sind uns 25 Jahre, also fast ein Vierteljahrhundert voraus, wird das dann natürlich mit Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrern, aber selbst erarbeitet. Und das macht was mit den Kindern an Eigenständigkeit, an Verantwortung. Und das werden wir brauchen in der Zukunft, weil viele der Fragen, die unsere Kinder beantworten müssen, die kennen wir noch gar nicht. Vielen Dank, Frau Beate Meindler-Reisinger, für das Gespräch. Danke für die Einladung. Vielen Dank, Frau Beate Meindler-Reisinger, Vielen Dank, Frau Beate Meindler-Reisinger,